Swiss Crypto Jay, dein YouTube-Channel rund um das Thema Krypto und Vermögen. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Crypto-Family. Sieht interessant aus aktuell, wie es um Bitcoin weitergeht. Da kann vielleicht gegebenenfalls Warren Buffett mitschuldig sein, aber es waren bereits Analysten davor, dass vieles, vieles eine Täuschung sein könnte. Um was es genau geht, alles nach dem Intro. Wenn es um Warren Buffett geht, dann ist es in der Regel nie etwas Gutes, wenn es um das Thema Krypto geht. Aktuell hat er aber einen Schachzug gemacht, der seines Investments sehr gut kommt. Er ist, man weiss, ein Bedachter und sehr seriöser wie auch ein interessanter Investor. Er selbst redet aber immer schlecht über Bitcoin. Er sagt, dass Bitcoin ein absoluter Nullwertgegenstand sei. Er sagt, Bitcoin sei nur ein Scam. Bitcoin wird die grösste Blase sein, die es jemals gegeben hat. Nun hat Buffett aber einen Schachzug gemacht, dass er doch an diesem Hype teilnehmen kann, ohne selbst in Bitcoin zu investieren. Das hat er clever gelöst, indem er natürlich einen Aktien-Deal gemacht hat. Er hat Visa-Mastercard-Aktien im Wert von 1,8 Milliarden US-Dollar abgestossen und hat daraus für eine Milliarde Dollar in die Nubank-Aktie investiert. Nubank-Aktie ist sehr bekannt, Wumms-Thema Krypto. Man hat auch in den letzten sechs Monaten sehr viel über die amerikanischen Banken gesprochen. Unter den Top-5 amerikanischen Banken haben sich sehr viele damit beschäftigt, dass sie eben die Nachfrage beseitigen können, respektive befriedigen können, wenn es darum geht, dass Investoren gerne in Krypto investieren wollen. Viele Banken haben bisher jetzt grünes Licht gegeben und haben gesagt, okay, wir wollen euch die Möglichkeit bieten, dass wir für euch die Kryptos kaufen über euer Portfolio. Und das gab natürlich auch im 2021 einen relativ starken Schub, damals noch vor unserem All-Time-High. Also es war sehr interessant, auch das mitzusehen. Und nun kam natürlich Warren Buffett und hat gesagt, ich will zwar nicht in Krypto investieren, aber ich investiere in eine Bank, die sehr stark mit Krypto handelt und da werde ich natürlich dementsprechend ebenfalls meine Gewinne realisieren. Er hat auch schon in das Start-up damals investiert, plus minus waren es 500 Millionen US-Dollar, wo bereits innerhalb eines Jahres eine Rendite von 150 Millionen Dollar zurückspielte. Also ich glaube, Warren Buffett hat hier ganz klar den Senf gerochen und ist jetzt hier auf der Spur und seine Gier wird wahrscheinlich unendlich sein. Wir wissen ja, wie das ganze Spiel läuft. Aber mögen wir es ihm gönnen. Er investiert also jetzt immer mehr in Fintech-Konkurrenten. Also sehr, sehr spannend, das zu lesen. Ja, dann gibt es natürlich noch ein bisschen Warnung da draussen. Bitcoin steigt auf 44.500. Und gleichzeitig haben wir das Problem mit den Aktien. Man muss aber auch sagen, da gehen wir gleich in die Thea darauf ein, dass wir bereits an einem Bereich sind, der wirklich skeptisch sein könnte für eine grosse Wende. Wenn bei 44.500, so in diesem Bericht, wenn wir das nicht darüber hinaus schaffen, dann stehen wir kurz davor, die komplette Trendwende wiederzusehen und absolut wieder in eine Korrekturphase zu gehen. Und davor warnt hier ein bisschen dieser Bericht. Hingegen sollten wir es schaffen, die 44.500 nachhaltig zu durchbrechen. Dann würden wir wieder bullisch nach oben ziehen. Und das wäre natürlich dann ebenfalls ein sehr, sehr spannender Akt. Ich würde sagen, wir gehen ab in die Thea und prüfen mal, wo für uns denn die Levels sind, rund um die 44.500. Was würde es bedeuten, wenn es eher berisch wäre? Wohin gehen die Reise? Und wir vorschlagen, wir legen gleich los. Ja, willkommen zur Jard-Analyse, liebe Freunde. Und ich will euch hier nochmal was zeigen, was sehr oft wieder viele vergessen. Das geht leider nicht über die App, so ziemlich ist es mir nicht sicher, dass es über die Trading-Web geht. Aber auf der Web-basierten Basis habt ihr immer die Möglichkeit hier, bevor ihr hier in den Chart hineingeht, habt ihr die Möglichkeit, hier Timeline zu klicken. Und das empfehle ich euch immer wieder, ein bisschen die Geschichte von Bitcoin, ein bisschen die History anzuschauen, wieso es manchmal auch gewisse Impacts gegeben hat. Das ist hier sehr, sehr gut dargelegt. Und ihr habt hier unten das natürlich nochmal chronologisch aufgebaut. Und ja, es ist immer sehr, sehr interessant. Gestern kam bereits schon wieder ein sehr spannender und wichtiger Punkt. Und zwar geht es hier, BlockFi wird gesprengt. In einer möglicherweise beängstigenden Entwicklung für Kryptokreditgeber wurde BlockFi nach einem jahrelangen Streit von der SEC mit einer Geldstrafe belegt. Kennpunkte. Die Kryptokreditgebung BlockFi hat einen 100-Millionen-Dollar-Streit mit der SEC beigelegt. Die behauptet, dass ein Produkt nicht registrierte Wertpapiere und übersicherte Kredite anbieten. Denn es zahlt 50 Millionen Dollar an die SEC und 50 Millionen Dollar an 32 Staaten, die Anklage erhoben haben. Es stellt die grösste Strafe gegen eine Kryptokreditfirma aller Zeiten dar und dient als Warnung für andere, die sich vage Bundessicherheitsgesetze zu Nutzen gemacht haben, um sie zu umgehen. Die Einführung von Kryptoprodukten ohne Genehmigung der SEC könnte viel schwieriger werden, nachdem ihr Sieg einen Präzedenzfall geschaffen hat. Digitale Assets befinden sich jedenfalls im positiven Bereich. Nach einem milden Montag ist Bitcoin im Handel am Dienstagmorgen um 5% gestiegen, Ethereum 6, Solana 7 und die gesamte Kryptomarkkapitalisierung total um 5%. Also ihr habt hier wirklich die Möglichkeit, das ein bisschen durchzulesen. Ist immer sehr spannend und interessant. Ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen. Das hier auf jeden Fall wird schon ein bisschen gravierend sein. Jetzt insbesondere natürlich für die Staaten ist ein Sieg. Wieder mal für die SEC. Also wir wissen oder sehen auch hier, Ripple ist immer noch nicht im grünen Gewässer, sage ich mal. Auch hier droht immer noch weiterhin Gefahr. Wir bleiben weiterhin am Ball und prüfen, ob das dann auch grössere Einwirkung hat. Aber nichtsdestotrotz sehr interessant. Also schaut euch das an. Ihr könnt da wirklich zurückgehen bis XY hin. Also das ist sehr, sehr spannend und kann ich euch nur empfehlen. Wenn wir uns jetzt ein bisschen in den Chart hineinwagen, da gibt es ja, oder gab es gestern, lustige Vögel da draussen, die gesagt haben, ja, also bei deiner Analyse, da weiss ich nachher weniger als vorher, ja dann Glückwunsch, dann rate ich dir, nächstes Mal in der Schule besser aufzupassen und nicht am Fenster zu sitzen. Das kann auf jeden Fall helfen. Ansonsten mal ein Frucht essen hilft auch. Ein bisschen Fruchtzucker fürs Gehirn tut auch gut. Denn ich zeige euch jeweils Szenarien auf, anhand der Analysen. Und wenn man denkt, man kann es besser, dann lasst doch die Videos sein und analysiert selbst. Ja, auf solche Zuschauer darf man gerne verzichten, respektive ich möchte gerne darauf verzichten. Brauche ich nicht. Diejenigen, die aber meine Hilfe brauchen, für die bin ich selbstverständlich gerne hier zur Verfügung. Wir gehen aber zuerst noch, bevor wir auf dieses Szenario eingehen, noch mal ganz kurz in den Monatschart hinein. Beim Monatschart sehen wir aktuell dieses Bild, was immer noch optimal sehr gut ist für uns. Also wir haben immer noch eine grüne Kerze. Aktuell sehr wichtig, dass wir auch hier wieder ein höheres Tief gebildet haben. Und solange wir hier in dieser Range, wo wir aktuell sind, optimal, wie schon gesagt, wäre es etwas oberhalb der Januarkerze zu schliessen. Das heisst, es wäre optimal, wenn wir irgendwo bei 48'000 landen würden. Zumindest der Dolch müsste da oben sein, um eben zu zeigen, okay, wir gehen hier weiter hoch, so ähnlich, wie wir dieses Szenario gesehen haben. Im Weekly, auch hier, spitzen wir weiterhin unseren Kanal weiter zu. Also auch hier sehr optimistisch, haben wir schön Hammer gebildet, grüne Kerze gefolgt, geht weiter nach oben. Also auch hier sehr spannend. Was man beim Weekly ebenfalls sehr gut erkennen kann, ist, dass die Kurzfrist jemals die kurz vor einer bullischen Cross ist, das heisst, eine Kreuzung, die sehr bullisch wäre für uns, genauso die langfristige MIS-CD. Die langfristige MIS-CD sehen wir, dass die bärische Kraft abnimmt und das weiterhin steigt. Was jetzt noch sehr wichtig ist zu diesem Szenario, was eigentlich aktuell sehr bullisch ist, dass wir hier jetzt endlich mal erschaffen könnten, eine bullische Kraft zu sehen im Volumen, also hier wirklich wieder mal eine Steigerung nach oben. Das würde uns natürlich extrem helfen. Und wenn man im Weekly anschaut, dann hätten wir eine Möglichkeit, bis auf über 72 oder über 70'000 Dollar zu kommen. Das ist relativ zeitnah. Also wenn man hier die Zeitspanne anschaut, Juni, 28. Juni, waren wir im Tiefpunkt, war der 19. Juli und dann waren wir im November oben. Also es geht teilweise innerhalb vier, fünf Monaten relativ möglich, dass man hochkommt, als wären wir im Juni. Wäre möglich über 70'000, wenn man nach dem Weekly-Chart geht. Aktuell aber im Vier-Stunden-Chart, das ist jetzt das absolute Maximum, was wir gerade aktuell sehen, ist, wir bilden ja ein Rising-Vedge, ein Giganto-Rising-Vedge mit einem Ziel-Target auf Richtung 33'000 Dollar unter. Dieses Szenario, das mir da ganz komplett nach unten fallen, ist ehrlich gesagt eher unwahrscheinlich. Aber wenn man uns die Fibonacci ein bisschen zu Hilfe zieht, vom letzten High auf das mögliche Ziel-Target, da sehen wir schon, dass die 39'000 Dollar, das 0,5 Fibonacci, das ist ein sehr wichtiges Fibonacci-Level für uns hier, das zeigt uns sehr gut auf, dass wir bei 39'700 ein sehr, sehr starkes Level haben, weil alles, was unterhalb dieses 0,5 Fibonacci-Level geht, wäre dann ein Einstieg in eine Korrekturphase. Alles, was wir hier oben haben, würde nur bedeuten, wir würden hier Luft holen, um nochmal nach oben zu gehen. Das wäre ein Wunsch-Szenario auch von meiner Seite her. Darf man auf jeden Fall nicht vergessen, also diesem Grund möchte ich euch hier ein bisschen Entwarnung geben. Aktuell, wenn wir das jetzt ein bisschen näher heranzoomen, sieht die Geschichte wie folgt aus. Also wir machen auch hier die MIS-CD ein bisschen hoch, dass man das ein bisschen nachvollziehen kann. Also die kurzfristige MIS-CD ist kurz vor einer bärischen Kreuzung, also in der bullischen Hälfte. Das würde bedeuten, es würde dann der langfristigen MIS-CD natürlich dann wieder zusteuern, auch hier bärische Kraft zuzunehmen. Bullish nimmt ab, ein Cross in der bullischen Hälfte und wir würden gleich die Korrekturphase sehen. Aktuell bilden wir gerade hier, wie ihr seht, ein kleiner Hammer. Dieser Hammer wäre natürlich eher wieder bullisch. Wir haben hier auch aktuell die S1, also die Support-Linie, die zwischen dem 06.8 und dem 05.8 besteht. Hier also die Möglichkeit, dass wir hier doch noch Kraft finden. Das würde bedeuten, wir würden uns wieder entfernen von der Signallinie und es gäbe für uns weitere Kraft nach oben. Was man natürlich immer wieder sagt oder sieht, sind natürlich Pattern in Pattern. Das ist etwas ganz Natürliches und ganz Normales, das darf man auch nicht vergessen. Also wenn man Pattern in Pattern hat, danach ein Falling hat, wir sind nach oben ausgebrochen, gehen in der Regel dann leicht seitwärts, dann bildet sich oftmals in diesen kleinen Wellengängen wieder ein kleines Rising-Vedge, wo sich dann wieder anpasst und so weiter und so fort. Das ist aber jetzt aktuell nicht unbedingt unser Szenario. Wir haben hier oben eine R1 und wir haben ja gelesen im Bericht, dass es 44.500 die absolute Grenze sein soll. Das sehe ich aktuell eher umgekehrt. Ich sehe aktuell eher, dass wir bei 44.000, respektive zwischen 44.000 und 45.000, da werden wir auf jeden Fall Widerstand haben, da nach oben zu kommen und gleichzeitig dann der nächste Level wäre dann bei 46.150, so plus minus, auch hier oben haben wir starken Widerstand. Was also passieren kann, sind folgende Szenarien, also die darf man nicht ausser Acht lassen, das heisst, wenn wir jetzt hier einen Hammer bilden, noch mit einer bullischen Kerze bestätigen, ist mal der erste Effekt hier, dass wir hier abgelehnt werden, dann gegebenenfalls zurück aufs 0,5 geführt werden, danach, wenn wir den genügenden Support kriegen, auf Richtung nächstes Resistance Level kommen, das wäre dann eben die R1. Das wäre so ein realer Zug, der jetzt aktuell von Bullen und Bären geführt werden könnte, weil hier oben ziehen die Bullen wieder ihre Gewinne, dann unten werden sie wieder akkumulieren und gehen dann wieder mit Neukraft hoch. Das ist eigentlich ein ganz natürlich normaler Move, den man als Trader anwendet. Was danach passieren kann, wäre dann das nächste Szenario, das heisst, sobald wir hier oben sind, werden natürlich Gewinne realisiert wieder, die Bären werden akkumulieren und dann kommt relativ ein starker Abverkauf wieder zurück in die Akkumulationszone. Und diese Akkumulationszone wird dann in der Regel wieder ein bisschen von den Bullen zurückgeführt, wir kommen dann wahrscheinlich aus einem Falling heraus wieder hoch, werden danach ziemlich sicher beim 0,5er abgelehnt und sollten dann allerspätestens hier aus dem Giganto Rising Match fallen. Das wäre so ein mögliches Szenario, wie ich dies aktuell erwarte. Hier habe ich irgendwelche Bubbles, warum auch immer, erwarte und dann, wie gesagt, dann kommt eben dieses Spiel, wo ich gesagt habe, mit dem Falling Match, das ist es ja auch da, also es wäre das plus minus eigentlich in diese Richtung. Also hier wäre dann das 0,5er und danach bin ich sehr zuversichtlich, dass wir weiterhin Bullisch sein werden im Februar. Es kann aber auch sein, dass das dann auch das Ende ist, aber vor Mitte März wird es keine Zinsanpassung geben von der FED. Das ist ja noch kein Krieg, aber der Konflikt zwischen Ukraine und Russland ist am Abflachen, zumindest kurzfristig, weil wir jetzt hier noch nicht, wie sagt man, die Friedenspfeifen vergraben, das glaube ich, das ist noch nicht der Fall. Aber aktuell wäre es dann definitiv wieder logisch für uns, dass wir vielleicht eine kleine Seitwärtskonsolidierung sehen und dann wieder nach oben kommen und das wären dann so die nächsten Bullischen Moves. So in diese Richtung sehe ich das sehr, sehr als realistisch. Wir planen dementsprechend auch unsere Trades diesbezüglich und bin sehr gespannt, ob diese Strategie wieder einmal aufgehen wird. Wir halten uns natürlich auf dem Laufen und ich werde die Einstiege gegebenenfalls noch mal ein bisschen justieren für die Challenger. Also wenn du auch bei uns in der Challenge mitmachen willst, dann komm zu uns in die Telegram-Gruppe. Die Telegram-Gruppe ist komplett for free, ja. Die allgemeine, wenn du bei der Challenge dabei sein willst, kostet sie 7,99 Euro. Da lernst du einiges über meine Trader-Strategien und eben über mögliche neue Pattern etc. Also da werden wir euch auf dem Laufen halten. Ist für uns auch der Academy Club und bauen das diesbezüglich gerade aktuell auf Discord auf. So, mir gibt es dazu nichts zu sagen. Wie gesagt, alles aktuell zeigt uns, dass wir auch eine kleine Abkühlung vor uns haben. Bleiben wir mal gespannt und ich würde sagen, ich sage Tschüss aus der Schweiz und bis zum nächsten Video. Tschüss zusammen. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.